Worüber ich heute spreche, ist der Zusammenhang von Bildung und Revolution in der Pädagogik der Befreiung von Paulo Freire. Diese Pädagogik hat Freire, ein Brasilianer, in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Und zwar mit einer für diese Zeit und für Lateinamerika spezifischen Mischung aus Karl Marx und Jesus, teilweise auch mit erheblichen Bezügen auf Sokrates und die europäische Aufklärung. Dann ist diese Pädagogik der Befreiung bei der Bischofskonferenz in Medellin 1968 als andere Seite als Spiegelbild auch der Theologie der Befreiung offiziell anerkannt worden. Und diese Theologie der Befreiung und die Pädagogik der Befreiung, beides zusammen, haben jedenfalls ab 1955, 60 zuerst in Brasilien, dann in ganz Lateinamerika eine große Rolle gespielt. Dann hat Freire die Gelegenheit gehabt, das werde ich nochmal gleich etwas mehr erwähnen, diese Pädagogik in den ehemaligen portugiesischen Kolonien Afrikas zu praktizieren. Und dann ist das Ganze gewissermaßen zurückgekommen nach Europa, weil es ja auch europäisch inspiriert ist. Und Freire hat um 1970 in der Pädagogik-Ausbildung eine erhebliche Rolle gespielt, auch in Deutschland. Und ist da eine wirkliche, eine außerordentlich große Person gewesen im Bereich der Pädagogik und der anschließenden Sozialwissenschaften. Diese Pädagogik der Befreiung geht von einer ziemlich trivialen Überlegung aus. Das ist auch in der Einkündigung so formuliert. Es geht um Erwachsenen-Alphabetisierung, unmittelbar. Und zwar um die Frage, wann jemand lesen und schreiben kann. Und das ist dann doch eine relativ schwierige Angelegenheit, weil Frage überlegt, dass jemand vielleicht als Lesender und Schreibender benannt werden könnte, wenn er bestimmte Zeichen in ein Laut übersetzt oder diese Zeichen auch niederschreiben kann. Und dann überlegt er, dass natürlich jemand nur lesend genannt werden kann, der auch begreift, was er liest und nicht nur einfach ein Laut formuliert. Und wenn er begreift, was er liest und über seine soziale Lage etwas liest, dann muss er nicht nur das Gelesene, sondern eben auch den Gegenstand begreifen, die Gesellschaft, in der er lebt. Und wenn man davon ausgeht, dass dieses Thema, die soziale Welt, in der man lebt, über die man etwas liest, begriffen werden soll, dann ist die Unterstellung, dass man es erstmal nicht weiß, klassisch ausgedrückt, der Mensch macht seine Verhältnisse, aber ohne es zu wissen. Das heißt, es geht bei dieser Alphabetisierung nicht nur darum, technisch lesen und schreiben zu lernen, sondern auch zu begreifen, was man da liest und was man schreibt. Das heißt, die Welt zu begreifen, in der man lebt. Und das ist jetzt eine relativ schwierige und im Grunde eine alte europäische Frage, dies zu begreifen. Deshalb sagt Freire, dass seine Alphabetisierung nicht nur auf die Überwindung eines linguistischen oder technischen Analphabetismus abzielt, sondern auf die Überwindung eines gesellschaftlichen Analphabetismus und eines politischen Analphabetismus. Und das betrifft nun wirklich alle und uns eben auch. Also alle auch, die vorgeblich lesen und schreiben können. Und weil dieses Begreifen der Verhältnisse damit zusammengeht, nicht nur, dass man sich der Verhältnisse bewusst wird, sondern dass man dadurch auch die Verhältnisse bewusst gestaltet und in bewusste Verhältnisse verwandelt, Platon hätte gesagt, in Verhältnisse, in denen die Vernunft herrscht, geht diese Alphabetisierung nicht nur mit Bewusstwerdung, sondern damit zusammen, dass Bewusstwerdung gleichzeitig Weltveränderung ist, also Bildung und Revolution. Die Texte, über die ich rede, sind die folgenden von Paolo Freire. Die sind alle zwischen 1973 und 1981 in deutscher Übersetzung erschienen. Das erste ist die Pädagogik der Unterdrückten. Das ist fast alles bei Rowold erschienen, in kleinen Heftchen. Übersehbar im Umfang, also ungefähr 150 Seiten. Dann zweitens die Pädagogik der Solidarität. Dann drittens Dialog als Prinzip, Erwachsenenalphabetisierung in Guinea-Bissau. Und zusammenfassende Texte, Essays, Dialog als Prinzip. Paolo Freire stammt also aus Brasilien, aus dem armen Nordosten. Das war einmal und gilt auch heute vielleicht noch, einer der ärmsten Regionen der Welt, in Recife. War zunächst Anwalt, hat dann Pädagogik, Geschichte, Sozialwissenschaften studiert. Er ist dann Professor geworden in Recife und hat dann in einer Zeit, die eher reformistisch war, noch in Brasilien bis 1964 erste Alphabetisierung durchgeführt. 1964 ist ein Militärputsch gewesen, bekanntlich in Brasilien, einer der blutigsten Diktatorin der Zeit. Er ist emigriert nach Chile und hat dann in Chile seine Alphabetisierungskampagnen fortgesetzt unter Eduardo Frey und Salvador Allende und ist von da aus zum Weltkirchenrat gegangen, nach Genf, also Jesus und Marx, und vom Weltkirchenrat aus geschickt worden in die portugiesischen Kolonien, also nach Guinea-Bissau, nach Angola, nach Mosambik und hat dort seine Pädagogik der Befreiung dann realisieren können. Der Grundbegriff, um den es bei Freyre geht, ist dann immer der, im Deutschen würde man sagen, der Aufklärung, ins Deutsche übersetzt, ist sein Grundbegriff Bewusstwerdung und im Portugiesischen, was ich gar nicht aussprechen kann, heißt es conscientisaison. Es geht also darum, dass unbewusste Verhältnisse, Verhältnisse, die den Menschen nicht bewusst sind, zu Bewusstsein gebracht werden sollen. Und das ist dafür deshalb, weil die Verhältnisse so sind, unter denen niemand diesen Verhältnissen bewusst gegenüber tritt, also dass dieses Unbewusste in gewissermaßen allen Köpfen und allen Bedürfnissen steckt, nicht aufgeklärt werden kann durch eine Technik, bei der jemand sich zuschreiben kann, dass er die Verhältnisse kennt und würde jetzt andere aufklären. Also eine Trennung zwischen einem Aufklärer und Aufzuklären gibt es hier nicht. Bei Hanamas findet sich da zumal die klassische Formulierung, in Aufklärungszusammenhängen gibt es nur Beteiligte. Deshalb ist im Folgenden über Pädagogik erstmal gar nicht zu reden, unmittelbar. Wie man sich das so vorstellt als Fach. Es geht also erstmal um die unbewussten gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen diese Pädagogik ihren Ausgang nimmt. Und es geht darum, wie darüber aufgeklärt wird. Und deshalb handelt es sich hier bei dieser Pädagogik wohl auch um Pädagogik als Bildungsprozess. Es ist aber auch eine Lehre, könnte man sagen, der Gesellschaft. Deshalb ist also die Pädagogik und Freire auch gesellschaftstheoretisch außerordentlich relevant als Forschungsmethode über Aufklärung über unbewusste Verhältnisse. Es ist ein erheblicher philosophischer Gehalt, der hier darin steckt, also was man schon mit dem Verwahrs auf Sokrates sieht. Also in vieler Hinsicht ist das keine Fachpädagogik und jedenfalls keine Pädagogik, die sich einschränkt auf Pädagogik in Schulen oder Hochschulen, sondern es geht um die Veränderung der Gesellschaft zu einer Gesellschaft, in der die Menschen ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Ich werde jetzt versuchen, in maximal anderthalb Stunden, aber heute muss ich hier zum Ende kommen und kann das nicht zwischendurch abbrechen, in Stichworten folgende Schritte durchzunehmen. Und zwar einmal geht es darum, dass Freire die Verhältnisse beschreibt, Brasiliens, Lateinamerikas, der sogenannten Dritten Welt in den 60er und 70er Jahren und vieles trifft darauf auch heute zu, aber eben nicht alles, worauf sich diese Pädagogik bezieht, diese Aufklärung bezieht, mit der Intention, die Verhältnisse zu verändern. Ohne diesen Ausgangspunkt wird das Ganze zur Technik und verliert den Aufklärungscharakter. Das Stichwort, was Paulo Freire für diesen Zustand der Gesellschaft, der unbedingt zu verändern ist, aber den man sich nicht einfach vornehmen kann zu verändern, ist, dass er diese Gesellschaft Brasiliens eine geschlossene Gesellschaft nennt. Dann gibt es eine zweite Bedingung für jede Aufklärung, dass nicht nur die Verhältnisse da sind, über die aufgeklärt wird, sondern dass ja auch das Bedürfnis danach entstehen muss und das entsteht nicht einfach dadurch, dass irgendjemandem es einfällt. Wenn es die Verhältnisse sind, aus denen es keinen Entrinnen in dieser Weise gibt, als nur immanent darüber hinaus zu gehen, müssen die Verhältnisse brüchig werden. Das nennt Paulo Freire die Gesellschaft im Übergang. Es muss in irgendeiner Form eine Krise da sein, die die Verhältnisse erschüttert und überhaupt erst eine aufklärende Frage produziert. Die Verhältnisse müssen fraglich werden, damit man überhaupt eine Frage hat. Und diese Frage, die auf die Veränderung zielt, und zwar ohne, dass man sie sich a priori erdenken kann, hat aber trotzdem eine Utopie zum Ziel, die man eben, wie gesagt, nicht erdenken, nicht benennen kann, nicht vorher konstruieren kann. Und diese Utopie nennt er dann im Unterschied zur geschlossenen Gesellschaft und Gesellschaft im Übergang die offene Gesellschaft. Wer das Wort von Karam und Popper kennt, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, das ist genau das Gegenteil von dem, was Paulo Freire meint. Ich fange also erstmal an mit der geschlossenen Gesellschaft, also worauf sich das Ganze hier bezieht. Und es geht dann, wie gesagt, man muss das erstmal so machen, damit deutlich wird, was da überhaupt aufgeklärt wird. Nicht irgendwas, sondern um welche Gesellschaft, um welche bestimmte geht es hier. Die Gesellschaft, die Paulo Freire vor Augen hat, in den 50er, 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kann man in vier Bereichen skizzieren. Es geht einmal um weltwirtschaftliche Zusammenhänge, das ist außerordentlich wichtig bei dieser Pädagogik. Das heißt, es geht also nicht um den Großraum-Messive, es geht auch nicht nur um Brasilien oder Lateinamerika. Es geht um Herrschaftsverhältnisse, heute würde man sagen, die global sind. Dann geht es zweitens darum, dass diese weltgesellschaftlichen Verhältnisse sich übersetzen in eine besondere Struktur der unterentwickelten Länder, die man in seiner Zeit mit der damals einigermaßen geläufigen Theorie der Abhängigkeit der Dependenz ja immer als strukturell heterogen bezeichnet hat, im Unterschied zur europäischen oder nordamerikanischen Gesellschaft. Also dies ist seine unmittelbare Realität, die er vor Augen hat. Dann geht es drittens um die durch den Kolonialismus und die nachfolgenden unterschiedlichen Imperialismen erfolgende Zerstörung der kulturellen Identität der Brasilianer, der Lateinamerikaner. Und dann geht es viertens um einen Punkt, der bei jeder Aufklärung außerordentlich wichtig ist, dass diejenigen, die besten Willens sind und andere Menschen aufklären wollen, merken, dass sie das gar nicht wollen, den Widerstand. Diese vier Punkte benenne ich erstmal in Kürze. Was die weltgesellschaftlichen Verhältnisse betrifft, die hier für Brasilien absolut manifest werden, insbesondere mit der Militärdiktatur nach 1974, ist, dass er schreibt unter Bedingungen eines staatsinterventionistischen Kapitalismus, der sich in den USA nach 1933 mit der New Deal-Politik durchgesetzt hat und in England durch John Maynard Keynes theoretisch konzipiert worden ist. Und bei diesem Staatskapitalismus, könnte man sagen, geht es um eine ganz bestimmte Interpretation der Krise von 1929-33, nämlich so, dass gesagt wurde, diese Krise ist Ausdruck nicht einer Überproduktion von Waren, sondern einer Unterkonsumtion. Es wird zu wenig konsumiert. Die Gesellschaften werden immer reicher und je reicher sie werden, sagt Keynes, desto weniger wird relativ konsumiert. Und weil zu wenig konsumiert wird, sinkt dann das Wirtschaftswechstum und es kommt zur Krise. Und deshalb haben die USA die Nachfrage zu der Zeit erweitert durch den Wohlfahrtsstaat im Inneren, durch die Förderung gewerkschaftlicher Organisation im Inneren und was für Brasilien und andere Länder Lateinamerikas wichtig war, durch die Förderung der Nachfrage nach außen, indem man nämlich erstens den US-Dollar abgewertet hat, das ist eine Exportförderungsmaßnahme erster Güte, dass man zweitens einen relativen Freihandel für alle Waren eingeführt hat, bei dem die USA Konkurrenzvorteile hatten, und das drittens eingeführt wurde, die sogenannte Auslandshilfe. Später nannte man das Entwicklungshilfe. Und diese drei Maßnahmen sollten die Auslandsnachfrage fördern, im Interesse der Überwindung der US-Ökonomie. Das heißt, man wollte möglichst viel Waren, die sich im Inneren nicht mehr absetzen ließen, exportieren, also Exportüberschüsse erwirtschaften. Und das heißt, man brauchte Länder, hochaktuell übrigens, wie Sie gerade merken, man brauchte Länder, die Importüberschüsse haben und sich verschulden. Das ist so ungefähr das, was mit Griechenland heute passiert, oder anderen Ländern in Europa. Dieses System ist durch das Bretton-Woods-System 1944 zum Weltwirtschafts- und vor allen Dingen Weltwährungssystem internationalisiert worden. Und dieses Bretton-Woods-System ist für Brasilien und andere Länder nicht nur wichtig wegen der Auslandshilfe, die die Weltbank dann übernommen hat, sondern auch wegen des Weltwährungssystems. Weil in diesem Bretton-Woods-System gesagt wurde, die Weltwährung schlechthin ist der US-Dollar, der steht immer in demselben Verhältnis, in einem fixen Verhältnis, immer und ewig und für alle Zeiten, jedenfalls bis 1971, in einem bestimmten Verhältnis zum Gold. Und alle anderen Währungen dieses Währungssystems, also nicht alle Weltwährungen, aber die dieses Systems, sind an den US-Dollar in einer bestimmten Parität gebunden. Was das bedeutet für Brasilien oder andere Länder, ist das folgende, dass in dem Moment, wo der US-Dollar gewissermaßen Weltgeld und im Wert fixiert war, von jeder Veränderung ausgenommen wurde. Man könnte vielleicht denken, dass ein Land, was mehr exportiert als importiert, den Wert seiner Währung vielleicht absenken müsste, damit es mehr importiert und weniger exportiert. oder dass es ähnliche Manipulationen gibt. Aber die Währung der USA war davon ausgenommen. Und so ist dadurch, dass die USA währungspolitisch ausgenommen waren, von jeder Veränderung, das Problem einseitig bei den Ländern, die Importüberschüsse hatten und sich verschuldet haben, gesehen worden. Das passiert ja heute wieder. Also die Importüberschüsse sind das Problem. Und so ist auf diese Weise die Vorstellung passiert, dass weil die USA die Weltleitwährung sind und dies immer und ewig fixiert ist, auch das Entwicklungsmodell der USA das Modell für jedes Land überhaupt ist. Es gab also Entwicklungstheorien, man hat sie damals Modernisierungstheorien genannt, die waren weltweit einfach anerkannt, jedenfalls in der westlichen Weltwirtschaft, von US-amerikanischen Ökonomen, sogar von einem Ökonomen aus Haiti, sogenannte Modernisierungstheorien. Und nach dieser Modernisierungstheorie stand das Modell der Entwicklung aller Gesellschaften von vornherein fest, Modell USA, und alle anderen Länder schienen sich auf dem Wege, in Richtung der Entwicklung US-amerikanischer Verhältnisse zu bewegen und die Verhältnisse in Brasilien eben genauso. Man könnte auch sagen, das ist also eine außerordentlich imperialistische Vorstellung, dass die Kultur schlechthin die US-amerikanische ist und alle Länder auf dem Wege dorthin sind und gewissermaßen Brasilien, sagen wir mal, auf dem Stand Europas und Nordamerikas um 1800 ist und dann irgendwann dahin kommt, dass man auf dem Stand von Europa 1900 ist und irgendwann aufholt. Also ungefähr so. Das heißt, das Entwicklungsmodell steht von vornherein fest und weil das Ziel von vornherein fest steht, geht es nur noch um das Mittel und deshalb hat man versucht, die Unterentwicklung, Entwicklung steht fest, deshalb ist alles an weniger unterentwickelt, durch Entwicklungsplanung, eine Planüberwindung der Unterentwicklung dann zu beseitigen. Also Modernisierung. Und weil dies ein von außen aufgezwungenes Modell war, ist dann auch das passiert, was ich eben gesagt habe, von außen aus gezwungen, kann nur mit Gewalt sein und deshalb waren die Regime in Lateinamerika vor allen Dingen, die diese Modernisierung durchgeführt haben, Modernisierungsdiktaturen. Es geht nur diktatorisch. Zweitens, diese Struktur weltwirtschaftlich hat sich in die Länder der dritten Welt übersetzt, in einer sogenannten strukturellen Heterogenität und die lateinamerikanische Theorie der Dependentia hat dann in Kritik an der Modernisierungstheorie gesagt und darauf aufmerksam gemacht und das auch sehr plausibel belegt. Das müsste man dann genauer nachlesen, dass, wenn man sich Länder wie Brasilien anguckt, dass das, was dort die Modernisierungstheorie Unterentwicklung nennt, eigentlich nicht ein frühes europäisches Stadium ist, wenn man sich zum Beispiel Sklaverei im Nordosten anguckt oder halbfordale Abhängigkeiten oder hochmoderne Industrien, dass man da nicht gewissermaßen in einer Gesellschaft verschiedene Entwicklungsstadien vor Augen hat, sondern dass diese scheinbar verschiedenen Entwicklungsstadien, von denen die einen dem Modell USA schon recht nahe sind und die anderen noch recht fern, dass dies aber durch die Weltmarktintegration selber produziert wird, sodass hier das Stichwort war in Lateinamerika und auch in Afrika damals bei den Kritikern der Modernisierung, dass die Unterentwicklung ein Produkt der Entwicklung ist und nicht ein früheres Stadion, dass also die Integration in die Weltmärkte die Unterentwicklung produziert und nicht überwindet. Das ist im Moment auch ganz aktuell. In diesem Sinne hieß strukturell heterogen, dass man zum Beispiel in den Städten Brasiliens hochmoderne exportorientierte Industrien hatte, in der Hand von Auslandskapital, teilweise vom Staatskapital, weil es gar kein Bürgertum gibt in solchen Ländern, es gab ja gar keine bürgerliche Revolution, sondern Kolonialismus, dass man daneben exportorientierte Latifundien hat auf dem Land, dann aber scheinbar mittelalterlich produzierende Großgrundbesitzer, die eher Subsistenzproduktion betreiben, Dorfgemeinschaften, die dann eher gemeinschaftlich produzieren, also eine ganz andere Produktionsweise haben und dies alles in einer solchen Konstellation. Wenn dies, wie jedenfalls die Dependenztheorie, meines Erachtens sehr überzeugend damals deutlich gemacht hat, wenn auch nicht in jedem Fall außerordentlich gut begründet, aber von dem Phänomen her und vom Denkansatz her, der Fall ist, dass diese sogenannte Unterentwicklung kein frühes Stadium einer sogenannten Entwicklung ist, sondern eher deren Produkt, dann heißt es drittens, dass diese Heterogenität der sozialen und ökonomischen Verhältnisse eine Zerstörung sei der kulturellen Identität. Darauf hat Paolo Freire insbesondere hingewiesen, und gesagt, dass das Produkt des europäischen Kolonialismus in Brasilien, in ganz Lateinamerika, sei eine kulturelle Invasion und eine Kultur des Schweigens. Das heißt jetzt nicht, dass alle Brasilianer in Schweigen ausgebrochen sind, aber dass sie ihre Verhältnisse nicht mehr auf den Begriff haben bringen können, dass sie nicht mehr haben sagen können, wo sie eigentlich leben und wer sie sind. Die Frage eigentlich an der lateinamerikanischen Identität, die bis heute auch gestellt wird. Was ist das eigentlich? Oder wer sind wir als Produkte dieser sehr unterschiedlichen Geschichten? Auf eine ursprüngliche präkolumbische Identität kann man nicht zurückgreifen. Die ist zerstört durch die Massenmorde der Spanier, teilweise auch der Portugiesen. Und diese Kultur des Schweigens, sagt er, beraubt die Menschen des Wortes, also des Bewusstseins und ihrer Verhältnisse. Und dann spielt viertens bei dieser Kultur des Schweigens die erhebliche Rolle, was ich vorher gesagt habe, dass diese Verhältnisse, weil sie nicht bewusst sind, von den Menschen verinnerlicht werden, von den Beherrschten, von den Verdammten verinnerlicht sind. Und zwar so verinnerlicht, dass sie sich eine Befreiung schon gar nicht mehr vorstellen können, sondern vielleicht sogar noch als Bedrohung empfinden. Bei Freira heißt es zum Beispiel, dass die landlosen Bauern, die Landarbeiter, die völlig Verarmten, und da muss man auch sagen, die große Mehrheit, früher hätte man gesagt, die Massen auf dem brasilianischen Lande, sie wollen die Agrarreform nicht, die man nach 1960, nach der kubanischen Revolution, überall eingeladen hat. Sie wollen sie nicht, um freie Menschen zu werden, sondern sie wollen sie, um Land zu bekommen und Landeigentümer zu werden. Das heißt, sie wollen nicht von den, die Unterdrückung überwinden, sondern sie wollen nur selber von den Unterdrückungen zu den Herren aufsteigen, nichts anderes, aber die Verhältnisse nicht umstürzen. Es gibt bei Jean-Jacques Rousseau, 1762, eine klassische Stelle, in seinem großen Werk, das die französische Revolution angeleitet hat, über den Gesellschaftsvertrag, dass die Sklaven, schreibt Rousseau, in ihren Fesseln alles verlieren, sogar den Wunsch, die Fesseln abzuwerten. Sie lieben ihre Knechtschaft. Sie bleiben an diese Knechtschaft gefesselt. Es ist ihre Identität und weil es ihre Identität ist, werden sie alles daran setzen, diese Identität, ihre Knechtung zu verteidigen und nicht sie zu überwinden. Diese abhängige, unter dem westlichen, nordamerikanisch-europäischen Staatskapitalismus entwickelte Strategie der Modernisierung hat in Lateinamerika zwei Phasen durchgenommen und die muss man unbedingt entwickeln. und die sind auch für Freire wichtig und für das Verständnis dessen. Es geht einmal darum, dass ab 1933, während die Nordamerika und Europa in einer tiefen Krise sich befunden hat, Lateinamerika eine gewisse ökonomische Autonomie erhalten hat. Ganz unfreiwillig und unerkämpft. In einer Krise zieht sich das Auslandskapital immer auf sich selbst zurück und es hat da gewisse Freiräume gegeben für eine sogenannte import-substituierende Industrialisierung, die in Lateinamerika beginnt um 1933 und ungefähr endet um 1950, 1960. Diese Importsubstitutionen haben alle Länder der dritten Welt durchgemacht, Asien nach den Unabhängigkeiten ab 1946, 1950 in den Pakistan, Philippinen und so weiter, Afrika noch etwas später und alle Länder haben dann, Lateinamerika ist ja um 1820 unabhängig geworden, politisch, die zweite Phase durchmachen müssen, nämlich die Phase der Modernisierungsdiktaturen und für freieres Zeit sind klassisch, also einmal sein eigenes Land, Brasilien und in Asien war sprichwörtlich besonders blutig die Diktatur in Indonesien. Diese Modernisierung, die einmal auf der Grundlage von Importsubstitutionen, also gewissermaßen einer vorübergehenden nationalen Industrialisierung im Bereich der Konsumgüterindustrie eintrat und nachher mit Diktaturen in anderer Weise fortgesetzt wurde, die hat eine bestimmte Anforderung gestellt, nämlich die Menschen mussten alphabetisiert werden. Man braucht ja für den Kapitalismus doch irgendwie antirationale Menschen und keine Menschen, die in Andinen müden zum Beispiel zu Hause sind und ihre Verhältnisse danach interpretieren. Diese Alphabetisierung der Zeit, auf die sich Freire bezieht, ist die sogenannte, von ihm sogenannte funktionale Alphabetisierung. Und bei dieser Funktionalen geht es nur darum, kann ich lesen und schreiben im Sinne von, kann ich ein Zeichen in einen Laut übersetzen und kann ich den Laut wieder in ein Zeichen übertragen und nenne ich das Ganze dann lesen und schreiben. Das heißt, bei dieser Funktionalen Alphabetisierung spielt überhaupt gar keine Rolle, was für Freire das herausragende ist, die Aufklärung der Verhältnisse. Es wird gewissermaßen der Alphabetismus überwunden auf der Grundlage eines gesellschaftlichen und politischen Analphabetismus. Also man weiß über die Verhältnisse, in denen man lebt, vorher wie nachher nicht Bescheid, aber man kann lesen und schreiben im umgangssprachlichen Sinn. In diesem Sinne ist diese funktionale Alphabetisierung, die Brasilien nach 1964 durchgemacht hat und die dann auch in Lateinamerika sich teilweise verbreitet hat, eine Alphabetisierung gewesen, bei der es nicht nur darum geht, also dieses Verhältnis von Lauten und Zeichen zu erlernen, sondern damit auch den gesellschaftlichen Analphabetismus zu lernen und sich in Herrschaftsverhältnisse zu integrieren. Also jeder, der mal in einer lateinamerikanischen Schule gewesen ist in der Zeit, wird das wissen, dass dort Kindern, die überhaupt nicht so aussahen, Schulbücher vorgehalten wurden mit Menschen, die Probleme hatten, die sie nicht haben, die auch ganz anders aussahen. Das heißt, man hat also einfach die nordamerikanische europäische Mittelschichtskultur gelernt und in dieser Weise lesen und schreiben gelernt. Freire hat dieses Konzept, die Grundlage dieses Konzepts, auch sehr aktuell, finde ich, das Bankiers Konzept der Erziehung genannt. Also heute denkt man sofort an das Humankapital völlig zu Recht. Das Wort gab es damals aber so noch nicht. Bankiers Konzept der Erziehung heißt, dass Menschen etwas anerzogen wird. Im Sinne von der erzogene Mensch ist der angepasste Mensch, er lernt etwas, was er nicht denkt, er lernt etwas Äußeres und wie lernt man das auswendig? Also Bloch hätte gesagt, nicht in, sondern auswendig. Also das Bankiers Konzept. In diesem Bankiers Konzept, worauf sich die Pädagogik der Befreiung kritisch bezieht, gibt es klare Trennung. Lehrer und Schüler. Der Lehrer weiß alles, der Schüler weiß nichts. Der Lehrer hält einen Vortrag, so wie ich, das dürfte ich jetzt gar nicht, und füllt die Schüler ab, also in die Köpfe hinein. Der Lehrer hält einen Monolog und die Schüler schreiben mit. Das dürfen sie jetzt eigentlich auch nicht. Und wie merkt man denn, dass der Schüler richtig was gelernt hat? Der Lehrer stellt die Frage und nicht der Schüler, weil Fragen heißt, etwas nicht wissen. Bei Sokrates ist die Frage die höchste Form des Wissens. Aber diese Art von Pädagogik Vorstellung ist die Frage, dass man etwas nicht weiß. Also der Lehrer stellt die Frage und der Schüler antwortet richtig. Und das, was er dann richtig weiß, auswendig gelernt hat, wird ihm abgetestet in Reproduktionstests. Also wir befinden uns fast in der heutigen Universität, wie ich finde, mit diesen Vorstellungen. Dann ist das eben das Auswendige ist etwas ein Lernen, was man nicht selbst denkt. Man lernt ja etwas Fremdes und trägt sich das ein. Man hat es nicht gedacht. Es gibt auch gar keine Struktur und jeder, der auswendig lernt und über intrinsische Motivation verfügt, weiß, dass das, was man nur auswendig gelernt hat, nicht weiterreicht als bis zur nächsten Klausur oder so und dann kann man es auch wieder vergessen. Man denkt es ja auch nicht. Dann sagt Freire, dieses Bankiers Konzept ist ein Wissen von Sachverhalten auch ganz wichtig. Die gesellschaftliche Welt erscheint dann als Faktenwelt. Fakten, die man feststellen kann, beschreiben und die man messen kann. Das gilt ja oft als Wissenschaft. Also, dass die Welt erscheint als Objektivität auswendige Welt, die man auswendig zu lernen hat. Es sind scheinbar Tatsachen, die ohne ein Subjekt bestehen, vom Subjekt auch nicht änderbar sind. Also, gesellschaftliche Fakten, gesellschaftliche Naturprozesse. Ich bin Soziologe, Soziologie hat man angefangen, als soziale Physiologie oder Kant hat gesagt soziale Physik, so hat das ja mal angefangen, also als gesellschaftliche Naturwissenschaft. Es muss schicksalhaft sein, es können unveränderliche Eigenschaften von Menschen sein, die man den Menschen an und für sich, wie er nun mal da ist, ohne dass er so hier existiert hätte, zuschreibt und so weiter. Und Freire sagt dann, durch dieses Auswendiglernen von Auswendigen, von einer gesellschaftlichen Welt, die man lernt, als Tatsachenwelt hinzunehmen, lernt ein Schüler vor allen Dingen eins, die Welt hinzunehmen, wie sie ist, sie als unveränderbar hinzunehmen und sich diesen Verhältnissen anzupassen und nichts anderes. Das heißt, im Verhältnis von Lehrer Schüler spiegelt sich ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis und reproduziert diese Herrschaftsverhältnis. Bankiers Konzept heißt das Ganze deshalb, weil Freire sagt, das Ganze ist dann so, wir haben es ja auch in der Umgangssprache, dass man sagt, hast du heute profitiert oder was hat es gebracht, Kosten, Nutzen, Analyse, macht man vielleicht nach einer Vorlesung. Also, das Ganze ist von ihm so dargestellt worden, dass es so sei, als würde man Geld in einer Bank investieren und es würde sich verzinsen. Also, man setzt es in die Köpfe, schafft damit aus dem Wissen ein Wissenskapital, was man investiert, das Wissenskapital wird zum Wissendenkapital, zum Humankapital und wenn dieser Schüler den Frage dann in diesem Modell ein Anlageobjekt nennt, sich rentiert, dann hat es sich gelohnt. Nur nicht für den Schüler, für die Verhältnisse. Das heißt, dieses Subjekt wird von vornherein entfremdeten Verhältnissen subsumiert und selbst ein entfremdetes Subjekt. Kapitalismus abschaffen, aber wie, nicht? Darum geht es hier auch. Also, wenn die Verhältnisse so sind, scheint es da überhaupt keinen Ausweg zu gehen. Bis auf den einen klassischen. Es gibt ja den Zusammenhang von Krise und Kritik, jedenfalls bis zum 19. Jahrhundert. Also, wenn man sich in der Philosophie Geschichte umguckt, wird man sehen, dass die großen Philosophen alle in Zeiten großer historischer sozialer Umbrüche, man könnte auch sagen, Krisen, angefangen haben, nachzudenken und Aufklärung zu betreiben. Und es gibt da das klassische Wort, dass die Aufklärung immer erst durch die Krise und etwas spät kommt, nämlich im Nachherein. Und zwar deshalb, weil man nicht a priori, sondern nur a posteriori aufklären kann. Es muss ja immer etwas da sein, wo man aufklärt. Das heißt, die Welt muss erschüttert werden. Frage beschreibt die Zeit zwischen 1960 und 1964 und da ist es für Brasilien vorbei und in Chile, in das er nachher emigriert ist, ist es mit dem Pino Pino Putsch 1973 vorbei. Und in Europa sind die 68er-Zeiten ja sprichwörtlich, die sind ja aber auch überhaupt nicht auf Europa beschränkt. Als Zeit, in der dieser vorhin skizzierte Staatskapitalismus erschüttert wird. Wir haben um 1971, 73 den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. Wir haben einen Zusammenbruch des Staatskapitalismus, weil die dauernde Subventionierung der Nachfrage im Inneren und Außen an Schuldengrenzen stößt. Es gibt in dem Zusammenhang Wirtschaftskrisen, die Krise der Arbeitslosigkeit, die wir in Bessereuropa seitdem haben, gehört auch aus dieser Zeit. Und in Brasilien wird eine Hoffnung enttäuscht. Und in anderen Ländern auch. Nämlich die Hoffnung nach 1933 durch die sogenannte nationale import-substituierende Industrialisierung nach der politischen Unabhängigkeit für Brasilien 1821 nun eine substanzielle und ökonomische Unabhängigkeit überhaupt erst zu erlangen. Eine eigene Industrie aufzubauen, das ist neu gewesen. Und wenn man die ersten Industrien für Lateinamerika nimmt und Lateinamerika geht den anderen Kontinenten noch voran, dann ist diese Industrie um 1900 in allerersten Ansätzen überhaupt nur vorhanden und geht eigentlich erst ab 1933 los. Und man hat dann gedacht, mit dieser import-substituierenden Industrialisierung, das heißt Aufbau einer nationalen Industrie ohne Ausnahzkapital, zur Produktion von Konsumgütern für den Binnenmarkt und nicht zum Export für die imperialistischen Mächte, könnte man eine substanzielle ökonomische Unabhängigkeit jetzt überhaupt erst erlangen und überhaupt erst etwas wie Freiheit erlangen. Was man gemerkt hat, und das war die Enttäuschung, dass diese Importsubstitution nur funktioniert hat, weil man wohl Konsumgüter produziert hat, die man vorher importiert hat, aber man brauchte für die Konsumgüter Produktion gleichwohl den Import von Produktionsmitteln, das heißt von Maschinen, und man brauchte dafür Kredite, und so ist es aus diesem Traum von einer Befreiung nichts geworden. Freire beschreibt diese Zeit mit außerordentlich großer Emphase, und das lese ich Ihnen jetzt mal vor, weil das ganz gut klar macht, in welcher Zeit große Teile der lateinamerikanischen Bevölkerung diese Zeit erlebt haben, als Möglichkeit einer substanziellen Befreiung, und welche Enttäuschung daraus entstanden ist, und daraus ist die Pädagogik der Befreiung auch entstanden. Also Freire beschreibt den Übergang von einer geschlossenen Gesellschaft Gesellschaft zu einer offenen Gesellschaft, die Gesellschaft im Übergang. Ich zitiere das jetzt mal, einiges. In jenen Jahren, nach 1960 bis zur Militärdiktatur 64, hatte man den Eindruck, schreibt er, Brasilien sei aus einem jahrhundertelangen Schlaf aufgewacht und würde sich nunmehr aus seiner prächtigen Wiege erheben. Die Dinge begannen in Bewegung zu geraten. Es trat eine Arbeiterschaft auf, die mit der wilden Industrialisierung im Zeichen der Entwicklungsideologie gewachsen war und die die Elendsgürtel um die Industriestädte anschwellen ließ. Auf dem Lande bestand eine unerträgliche Situation, eine Folge archaischer Strukturen, jahrhundertelangen Elends, geprägt von Verzweiflung und gewaltsam unterdrückten Revolten. Es entstand eine städtische Mittelklasse, die zwischen der Unzufriedenheit mit der damaligen Situation und der Furcht vor der sich anbahnenden Entwicklung hin und her schwankte. Aus diesem Sektor kamen die Studenten, die zu Tausenden dem Appell folgten, dazu beizutragen, das Analphabetentum in Brasilien auszurücken. Es war ein Idealismus, der die Leute bewegte. Die Alphabetisierungsarbeit fügte sich in diesem Wandel ein, indem die Volksmassen ihre eigene Befreiung durch die kreative Teilnahme an der Ausführung des Neuen vorantragen sollten. Wir hatten damals eine populistische Regierung, die dieses alles vielleicht nicht genauso gesehen hat wie ich und die sicherlich Pläne besaß, um den besten Nutzen aus den Vorgängen zu ziehen, zumindest um den Prozess kontrollieren zu können. Wir befanden uns meiner Ansicht nach im Stadium einer allgemeinen Bewusstwerdung. Niemals wurde so viel über so vieles diskutiert, insbesondere über Demokratie und die Notwendigkeit struktureller Reformen, um dahin zu gelangen. Ich kenne solche emphatischen Äußerungen nur aus dem deutschen Idealismus im Zusammenhang mit der französischen Revolution. Also eine ganz wunderbare Stelle, wo Hegel mal nach 1810 sagt, es sei dies ein wunderbarer Sonnenaufgang gewesen, nie hätte man so etwas gesehen, dass der Mensch sich auf den Kopf stellt, das heißt auf die Vernunft und die Wirklichkeit nach diesem zu erbauen. Und so ungefähr ist diese Vorstellung hier, die Gesellschaft ist in einer Krise, es zeichnet sich Neues ab, es ist tatsächlich etwas Neues möglich, ohne dass man weiß, wo es drin liegt, was dieses Neue ist und das macht die Situation gerade so produktiv. Die Fantasie hat freien Raum, zum ersten Mal bekommt man nicht mehr gesagt, wohin die Reise geht, sondern die Reise ist offen und das, was Freiheit heißt, wird in dem Akt der Befreiung überhaupt erst gefunden. Deshalb ist dies eine Phase Schrappfrage, in der im Inneren Brasiliens eine substanzielle Demokratie und keine Formelle nur gefordert wurde. Und ich füge noch hinzu, weil dies auch in einem weltgesellschaftlichen Zusammenhang steht, dass die Entwicklungsländer ungefähr in dieser Zeit um 1964 innerhalb der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung der UNCTAD angefangen haben, eine neue Weltwirtschaftsordnung zu fordern, die mit dem Kolonialismus und dem Imperialismus bricht. Innerhalb der UN mit einer wirklich revolutionären Rhetorik, aber nicht mit derselben Substanz. Das muss man auch dazu sagen. Es sind ja schließlich Regierungen, die das in den veranderten Nationen gefordert haben. In dieser Situation, in der diese Modernisierung in Schwanken gerät, die Verhältnisse fraglich werden und die Menschen überhaupt erst spüren, eine Fantasie, eine Utopie, die sich entwickelt, das Neues da ist, das heißt, dass sie eine Frage an die Verhältnisse haben, die ihnen bisher fraglos erschienen. Spielt die Pädagogik der Befreiung, die Bildung als Praxis der Freiheit die Rolle, diese Frage in sokratischer Weise überhaupt erst zu klären. Und deshalb bezieht sich Frage immer auf Sokrates, auf die Hebammenkunst bei Sokrates, die darin besteht, dass die Menschen ein Leiden und eine Frage haben und der Aufklärer nichts anderes kann, nicht ihnen die Antwort zu geben und den Weg zu weisen, sondern ihnen die Frage zu klären und sie über ihr Leiden aufzuklären. Und dieselbe Intention ist das hier auch mit der Pädagogik der Befreiung. Diese Notwendigkeit einer solchen Pädagogik betont Freire dadurch, dass er sagt, die Krise bringt nicht automatisch die Kritik und die Weltveränderung, die erhoffte Revolution hervor. Das Wort ist damals im Zusammenhang mit der Kupanischen Revolution ganz geläufig, sondern die Krise bringt nur dann eine Veränderung hervor, wenn die Menschen die Frage, mit der sie schwanger gehen, ich benutze jetzt mal das sokratische Wort wegen der Hebammenkunst, dass ihnen die Frage, mit der sie schwanger gehen, zu Bewusstsein gebracht wird. Und dass zweitens die Verhältnisse etwas haben, was sie in Westeuropa meines Haltens im Moment nicht haben, ein utopisches Potenzial, was über die Verhältnisse hinausgeht. Also es ist gewissermaßen eine klassisch-liberale Hoffnung, so wie im 19. Jahrhundert der Frühsozialismus oder Marx die bürgerlichen Utopien beim Wort nehmen kann, hat man den heutigen Neoliberalismus, der sich von allen Utopien verabschiedet, wird so etwas, was Freire hier schreibt, nicht mehr übertragbar sein. Es ist eine andere soziale Situation. Also diese Bedingung, dass etwas schwankend wird und die Pädagogik der Befreiung die Frage versucht zu klären und dies auch nur kann, wenn in den Verhältnissen ein utopisches Potenzial steckt, was man in der Importsubstitution glaubte zu haben, nämlich die Idee, tatsächlich so etwas wie eine autonome, lateinamerikanische, nicht abhängige, nicht imperialistische soziale Entwicklung einschlagen zu können. Dies als Idee, eine lateinamerikanische Identität in einem Akt theoretischer und praktischer Befreiung dann entwickeln zu können. Das sind also die Ausgangspunkte und ohne diese Ausgangspunkte ist diese ganze Befreiungspädagogik nur Technik und man verfehlt das Ganze, wenn man die Ausgangspunkte nicht hat. Ich werde jetzt diese Pädagogik der Befreiung einmal eher nach Ihrem Programm vorstellen und abschließend nochmal nach der eher technischen Durchführung. Das Letztere ist aber eher uninteressant und verletzt teilweise die Idee der Befreiung. Das, was Freire Konstellentheser Raunen nennt, also Bewusstwerdung, sagt er, das ist der Grundbegriff, um den es bei der Befreiung geht. Aufklärung, Bewusstwerdung. Und dieses Bewusstwerden bezieht sich, wie gesagt, schon dem Begriff nach, auf Verhältnisse, gesellschaftliche Verhältnisse, die unbewusst sind, sodass es niemanden geben kann, der gewissermaßen das richtige Leben im Falschen schon in der Tasche hat und die im Falschen, die im Falschen Leben stecken, dann nur noch zum Richtigen bringen kann. In diesem Sinne ist diese Aufklärung immer gebunden an das, was ich eben skizziert habe, etwas länger, die unbewussten Verhältnisse und ihre Erschütterung. Dann ist die Frage, also die Frage schlechthin, was ist unbewusst? Da stellt man sich meistens vor, unbewusst ist irgendwas, was man nicht weiß. Das kann man halt lernen. Und dann wäre es nicht unbewusst. Also eine klassische Formulierung, die bedingt tauglich ist, aber das vielleicht etwas deutlich macht, ist die Bemerkung von Freud, der ja auch ein großer Aufklärer ist. Wo man sagt, wenn ich einen Neurotiker vor mir habe und ihm eine Vorlesung über Neurose halte, dann weiß er wohl, was Neurose ist, aber seine Neurose hat er weiterhin. Etwas Unbewusstes ist nicht einfach etwas, was man intellektuell nicht weiß und dem man mit einer Information abhelfen kann. Etwas Unbewusstes heißt, dass ich unter Verhältnissen lebe, die mir so selbstverständlich sind, dass ich sie nicht in Frage stelle, weil ich es nicht mal denken kann, das andere, und weil mir dieses Unbewusste zum Bedürfnis geworden ist. Es ist gewissermaßen in mir anthropologisch materialisiert und deshalb ist es auch gesellschaftlich materialisiert und institutionalisiert. Jeder von uns weiß, wie man eine Straßenbahn bezahlt, was vorhin passiert ist, aber niemand weiß, was Geld ist. Wir können damit umgehen, ohne zu wissen, was es ist. Und was Kapitalismus ist, weiß ja auch so recht niemand. Und wir kaufen dauernd die Ware und es gibt das klassische Kapitel von Karl Marx über die Ware, was außen auch nicht schwer ist. Da kann man sogar drüber promovieren. Aber eine Ware kann ich einfach kaufen, da gehe ich in den Supermarkt. Also dieses Unbewusste ist etwas, was nicht einfach auf der Ebene des reinen Denkens sich ausdrückt, sondern meine Identität und die Identität meiner Zeit prägt, aus der ich nicht herauskomme, ohne meine Identität insgesamt zu ändern und die Verhältnisse zu verändern. Und deshalb ist der Aufklärungsprozess immer ein Prozess der Selbst- und der Weltveränderung. Deshalb eben auch Bildung und Revolution. Und dieser Zusammenhang ist überhaupt nicht freieres Fund. Man könnte sagen, Sokrates und Platon, aber da ist das mit der Revolution so eine Sache, aber immerhin mit der Utopie in der Politea. Aber wo das in der europäischen Zivilisation zum ersten Mal eine große Rolle spielt, dieser Zusammenhang ist in der italienischen Renaissance. Ich mache mal einen kurzen Exkurs, damit wir uns nicht nur hier in Brasilien bewegen, sondern vielleicht auch einen Hinweis darauf, wie europäisch das gedacht ist und dass es eigentlich ein klassischer Gedanke ist. In der italienischen Renaissance ist die Revolution die Aufklärung, dass die Welt nicht mehr nur als göttliche Schöpfung verstanden wird, die den Menschen entzogen ist, sondern dass der Mensch sich zur Gottes-Ebenbildlichkeit erheben kann und darin seine Würde hat. Und dass er deshalb die Welt, die göttliche Schöpfung, Gottes ebenbildlich erkennen und wie Gott der Schöpfer seiner Welt und seiner selbst sein kann. Also wenn Sie es nachlesen wollen, es ist ein Herr Giovanni Pico, dem Mirandola aus Florenz, der dies um 1480, 1484 schreibt. Und dieser Giovanni Pico ist deshalb ganz interessant, weil dies zum ersten Mal der Gedanke ist, dass der Mensch nicht die Verhältnisse hinnehmen muss, sondern sie verändern kann. Und sein italienischer Übersetzer ist Thomas Moros, der das erste Büchlein schreibt mit dem damals Kunstbegriff Utopia. Es geht also um dieses, der Mensch soll sich selbst erschaffen und Pico sagt, wie ein Bildner, wie ein Bildhauer. Bei der Renaissance nennt man sofort an Bildende Kunst, aber das mit dem Bildhauer hat er von Sokrates, weil der Vater von Sokrates Bildhauer war und deshalb hat Sokrates vom Bildhauer das Wort übersetzt in Bildung. Bildung ist, ich bin mein eigener Bildhauer, ich erschaffe mich selbst nach meinem Bilde, so gottesebenbildlich. Und dieser Zusammenhang von Welt- und Selbsterkenntnis, Selbstbildung, Bildung und Utopie, Weltveränderung, ist Renaissance in Europa. Mindestens Renaissance aus Artikeln vor Bildern. Und das begegnet uns hier in den 60er Jahren in Brasilien wieder. Und Freira hat das natürlich auch aus dieser europäischen Tradition. Also das ist erstmal das, was unbewusst heißt. Also nicht einfach, nicht etwas nicht Gewusstes, den man durch Informationen abhelfen kann, wo das Individuum sich gar nicht verändern muss. Aufklärung ist bewusst werden durch Veränderung seiner Selbst und seiner Welt. Dann, ich mache das jetzt mal in einer Konstellation von Bestimmungen, über das, was Aufklärung und Bewusstwerden heißt. Wenn diese Aufklärung kein Prozess puren Nachdenkens ist, bei dem man einfach jemandem ein Argument hat, das bessere Argument, und sieht das sofort ein, sondern wenn dies die Identität prägt, und Selbstveränderung und Weltveränderung fordert, stößt das auf die besagten Widerstände beim Individuum selber und auch bei den Verhältnissen, unter denen es lebt. Also soziale Kämpfe und auch das eigene Festhalten an Umständen, die vorhanden sind. Und das betont Freira immer wieder, zum Beispiel in der folgenden Formulierung, eines der schwersten Hindernisse bei der Erreichung der Befreiung, liegt darin, dass die Unterdrücker schon in Wirklichkeit diejenigen verschlingt, die darin leben und so weiter. Deshalb sagt er, drittens steht das, was das Ziel der Aufklärung ist, nicht von vornherein fest. Und deshalb ist Aufklärung kein Verhältnis von Zweck und Mittel, keine Technik. Und weil sie keine Technik ist, sind diejenigen, die sich anmaßen, er spricht immer von Massen, das ist für Lateinamerika vielleicht auch bei der amorphen Sozialstruktur nicht ganz unangemessen. Also ist es eine Anmaßung, wenn sich Menschen als Avantgarde in einer Weltveränderung fantasieren und sich Massen an die Spitze zu setzen meinen und glauben, sie aufklären zu können. Man kann niemanden aufklären. Es ist keine Technik. Jemand muss das Bedürfnis danach haben, man kann niemandem eine Frage geben. Das ist die Grenze. Das heißt aber nicht, dass der Pädagoge der Befreiung hier auf derselben Stufe ist wie alle anderen, Sondern dass diese Aufklärung sich immer bewegt auf der Ebene der Form und nicht auf der Ebene des Inhalts. Klassisch ausgedrückt, das kann man bei Sokrates und Platon lernen, ein Gedanke wird dadurch zu Bewusstsein gebracht, das Denken wird dadurch selber zu Bewusstsein gebracht, dass man es mit seiner eigenen Form konfrontiert und sich auf der Meta-Ebene der Form bewegt. In diesem Sinne nennt man auch die Aufklärung entweder Spekulation von Spekulung, von Spiegel oder Reflexion, also auch dieses Zurückwerfen eines Gedankens auf sich selber. Nicht von außen äußere Kritik, sondern in Zeiten des deutschen Idealismus hat man das immanente Kritik genannt. Man kritisiert einen Gedanken, indem man ihn mit sich selber konfrontiert, mit seinen eigenen formalen Problemen, das heißt vor allen Dingen seinen Widersprüchen und Zirkelschlüssen. Und weil deshalb diese Aufklärung immer das Zurückbeugen eines Gedankens auf sich selbst ist, also nochmal mit Aristoteles gesprochen, was hier bei Freire auch immer so gemacht wird, ein Denken des Denkens ist, dass das Denken sich selber zum Thema wird, ist der Aufklärung immer die Methode des Dialogs angemessen und dies ist auch die einzige Möglichkeit. Das ist auch der klassische Sinn eines wissenschaftlichen Diskurses. Nicht sich in einem Meinungskampf um Sieg oder Niederlage zu befinden, sondern um die Aufklärung fremden Gedankens. Das war jedenfalls mal so. Und diese Form des Dialogs heißt, dass der eine Akteur dem anderen als Spiegel dient und ihm seine Trage zurückwirft, ohne ihm Antworten zu geben. Also, wenn Sie das nachlesen wollen, es gibt von Fichte oder Schleiernacher klassische Texte zur Deutschen Universität, die sich darauf beziehen, dass an der später sogenannten Humboldt-Universität der sokratische Dialog der Aufklärung die angemessene Form des akademischen Studiums sei und keineswegs das auswendig lernen von äußeren Dingen für ein Brotstudium, wie man das verächtlich genannt hat, wo der Mensch nichts anderes wird als Instrument für fremde Zwecke. In diesem Sinne ist wohl der Aufklärungsprozess ein Prozess, bei dem das Denken mit sich selbst konfrontiert wird, Form mit Inhalt konfrontiert wird und die eine Seite dem anderen als Spiegel dient, aber nicht so, dass der Erzieher oder Aufklärer dem Aufzuklärenden vorangeht und ihm den Weg raus. Diese Zusammenhänge zwischen Reflexion, Spekulation, Dialog sind das, was klassisch, aber nicht bei Freire so genannt, aber bei Platon Dialektik heißt. Man geht von einem Gedanken aus, der undurchschaut ist und zieht aus ihm nicht Konsequenzen, die man ebenfalls dann nicht durchschaut, sondern geht hinter diesen vorausgesetzten Gedanken zurück und begreift seine Genesis und begreift dadurch, dass das, was man vorausgesetzt hat, nur auf die Dinge projiziert hat. Also mal angenommen, ich hätte eine bestimmte Vorstellung von Menschen, die haben Menschen immer gehabt, und würde denken, dass ein Mensch ein arbeitendes Wesen ist, sagen wir mal um 1800, wäre das so die Antwort gewesen, und würde nicht fragen, wie ich überhaupt dazu komme, immer die Menschen so zu definieren und nicht als so ein Politikon, wie Aristoteles das macht. Also ich würde von der Genese abstrahieren und wäre gewissermaßen erinnerungsunfähig und würde in diesen Menschen, würde nur dann Menschen für Menschen halten, wenn sie auch arbeitende Wesen wären, dann würde ich diese Fantasie, dieses voraussetzungsvolle und nicht durchschaute auf alle Menschen projizieren und dann nur noch die für Menschen halten, die auch arbeitende Wesen sind. Und dann kann ich die klare Unterscheidung machen zwischen Menschen, die Menschen sind, und Menschen, die eben keine sind. Das wäre das, was bei Platon Dialektik heißt und nichts anderes, der Rückgang hinter undurchschaute Gedanken, um diese undurchschauten Gedanken aufzuklären, indem man ihre Genese aufklärt und dadurch auch die Projektion unbewusster Gedanken auf die Dinge, sodass sie erscheinen, als sei das eine Tatsache welt. Das ist ja das, was wir Tatsachen so nennen. Wenn etwas Unbewusstes kommt uns da entgegen und wir glauben, die Sachen sind so, obwohl es eine Projektion ist. In diesem Sinne ist die Pädagogik der Befreiung eine Erinnerung der Kolonialgeschichte und des Imperialismus gesellschaftsgeschichtlich. Es ist zweitens eine Aufklärung über die gegenwärtigen Verhältnisse, dadurch, dass ich die Entstehungsgeschichte erinnere und dadurch drittens ist es möglich, eine Aussicht zu entwickeln auf eine Gesellschaft der Zukunft, ohne zu wissen, wie diese aussieht. Das Land Utopos, das Land nirgendwo überhaupt zu machen. Das heißt, ich befreie die Fantasie von ihrer Besetzung durch die gegenwärtigen Verhältnisse und bin zum ersten Mal überhaupt in der Lage, Fantasie zu haben und nicht das zu haben, was ich glaube, dass Fantasie wäre. Wenn in diesem Sinne eine Aussicht, eine Befreiung des Landes nirgendwo von den Verhältnissen von den Bestehenden so erreicht ist, sagt Freire, ist die Kultur des Schweigens gebrochen und die Menschen finden ihr Wort wieder. Sie können zum ersten Mal ihre Verhältnisse begreifen und benennen. Und das ist vorher nicht so. Wenn man es ausdrückt mit dem Problem des klassischen deutschen Idealismus, könnte man sagen, das, was die Pädagogik der Befreiung nicht macht, ist, dass sie sich selbst begründet, sondern dass man auszugehen hat von den Verhältnissen, über die aufgeklärt wird und dass sie sich auch nicht selbst vollendet, sondern dass ihre Vollendung besteht in der Verwirklichung humaner, bewusster Verhältnisse, in denen die Menschen ihrer selbst und dieser Verhältnisse bewusst sind. So weit, so gut, könnte man sagen und so weit befinden wir uns vielleicht auf der sicheren Seite. Das Problem ist dann, dass Freire auch betont, dass eine Aufklärung, weil sie immer nur unter herrschaftsunbewussten Herrschaftsverhältnissen besteht, überhaupt nicht vermeiden kann, obwohl sie versucht, sich kritisch zu verhalten, diese Herrschaftsverhältnisse auch immer zu reproduzieren. Es gibt von dem alten Max Horkheimer die schöne Formulierung der Aufklärung, dass eine Aufklärung, solange das Land Utopie nicht gefunden und verwirklicht ist, diese Aufklärung immer unabgeschlossen ist und dass die Verhältnisse, gegen die angedacht wird und gegen die die Weltveränderung angeht, gleichwohl immer noch reproduziert werden und dass diese Veränderung sehr langsam vor sich geht. Und deshalb ist in jeder Aufklärung ein Moment enthalten, gegen das sie selbst angeht, nämlich der Dogmatismus. Das heißt, man findet bei Freire auch, obwohl er diesen dialektischen Gas, den Gas des Widerspruchs gegen widersprechende Verhältnisse formuliert, ein erhebliches dogmatisches Element und das ist recht ausufernd und widerstrebt eigentlich dem, wogegen er angeht und was ich mit diesen Bemerkungen betonen möchte, es ist notwendig. Niemand, der aufklärt, ist in diesem Land nirgendwo schon angekommen. Und deshalb ist die Aufklärung auch immer im Prozess gewissermaßen der Selbstaufklärung und der Dauerreflexion befangen und deshalb sind alle Formen von Weltveränderung auch immer Lernprozesse. Solche dogmatischen Elemente findet man immer und wenn man weiß, in welcher Form sie sich ausdrücken, wird man auch sofort fündig. Also entweder sagt man, es gibt da einen historischen Ursprung, zum Beispiel die Ursprungskonstruktion im Naturrecht, im bürgerlichen Naturrecht oder es gibt Vorstellungen von gesellschaftlichen Naturgesetzen, also vorhin habe ich die soziale Physik von Auguste Comte erwähnt oder es gibt gegenwärtig im Neoliberalismus die Idee, dass die gesellschaftlichen Kräfte so komplex sind, dass man sie nicht durchschauen kann, weshalb sie wie eine mythologische Macht über uns wirken, die sich uns auf immer und ewig entziehen wird. Oder es gibt anthropologische Grundannahmen, zum Beispiel der Mensch ist ein arbeitendes Wesen und das wiederholt Freire auch. Er wiederholt die Idee aus der Zeit von Adam Smith oder Benjamin Franklin, also Ende des 18. Beginn des 19. Jahrhunderts. Friedrich Engels hat das ja auch mal wiederholt, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Also der Mensch ist ein arbeitendes Wesen und durch die Arbeit verändert er die Welt, schafft seine Welt und er verwechselt Freire diese Logik der Arbeit, Max Weber hätte gesagt, des zweckrationalen Handelns, des technischen Handelns mit der Aufklärung. Um mal deutlich zu machen, weil ich annehme, dass das nicht für alle plausibel ist, aufgrund sehr unterschiedlicher Kenntnisse. Bei einer Technik geht es darum, dass ich vorher ein Ziel vor Augen habe und mich auf irgendeinen Prozess, den man eine erste Natur nennen könnte, beziehe und diese Naturgesetze anwende, um sie für meine Zwecke dienstbar zu machen. Bei der Aufklärung geht es darum, gesellschaftliche Gesetze, die als Naturgesetze nur erscheinen, nicht anzuwenden, sondern zu überwinden. Das erste hat man mal erste Natur, das andere bewusstlose zweite Natur genannt. Das war, das kommt von Hegel und ist mal bei Georg Lukács aufgenommen worden, in der Romantheorie. Diese Vorstellung, der Mensch sei ein arbeitendes Wesen, spielt hier bei Freire als Begründung seiner Aufklärung eine außerordentlich große Rolle. Und man könnte vielleicht sagen, so wissenschaftstheoretisch, was er verwechselt, ist die Logik der Reflexion mit der Logik instrumentellen Handelns. Das wird beides zusammengedacht. Nimm das jetzt nicht sorg, vergiss das. Im letzten Punkt möchte ich noch mal die Stufen dieser emanzipatorischen Erwachsenen, Alphabetisierung, wie Freire sich skizziert, vortragen. Das geht jetzt relativ schnell. Und zwar kann man darauf sehen, dass so, wie er diese Pädagogik der Befreiung in eine Praxis der Freiheit, der Befreiung umsetzt, es um Befreiung geht und diese aber auf eine Technik verkürzt wird. Es ist am Ende bei ihm auch wesentlich eine Technik, sodass man lernen kann, wie man es macht. Obwohl er dauernd sagt, dass man genau dies nicht kann, weil niemand von vornherein weiß, wie es gehen könnte. Niemand befindet sich im Stande Utopias. Es gibt drei Stufen bei ihm. Das kann man einfach tatsächlich auswendig lernen, was schon zeigt, dass es so nicht geht. Es gibt bei ihm drei Stufen, die er unterscheidet, im Alphabetisierungsprozess. Die erste Stufe ist besonders deutlich, eine Verletzung des Grundsatzes, dass es in Aufklärungsprozessen nur Beteiligte gibt. Also, auf der einen Seite sagt Freire, eine Frage kann man niemandem geben, die Verhältnisse müssen fraglich werden, ich kann die Frage nur präzisieren. Auf der anderen Seite versucht er doch Menschen die Frage überhaupt erst zu geben. Die erste Stufe nennt er dann die Phase der Motivierung. Also, er schlägt vor, Analphabeten die Notwendigkeit, lesen und schreiben zu lernen, überhaupt erst mal zu vermitteln. Es ist nicht das Bedürfnis. Und der Unterdrückte soll dann den Widerspruch entdecken, dass er die kulturelle Welt geschaffen hat und dass ihm die Welt, die er geschaffen hat, fremd gegenübersteht und dass er sich deshalb diese ihm entfremdete Welt erst mal aneignen muss. Das soll er erst mal begreifen und das soll ihm der Aufklärer, der in diesem Sinne auch bei Freire sich tatsächlich als Avantgarde zu Avantgarde erhebt, erst mal begreiflich machen. Das ist also Technik und außerordentlich dogmatisch gedacht. Das heißt, man kann daran lernen, wie es nicht sein sollte nach der eigenen Idee dieser Pädagogik. Dieses A priori-Wissen kehrt jetzt auf den nächsten beiden Stufen wieder. Die zweite Stufe ist die Phase, die man vielleicht nennen kann die unmittelbare Alphabetisierung. Im Sinne von Lesen, Lernen, Schreiben, Lernen als Technik und die Verhältnisse und sich selbst lernen und verändern in dieser Doppelbedeutung. Und da geht es wieder dogmatisch los. Am Anfang wird gewissermaßen mit den über die Aufklärenden nachgedacht, über die Aufzuklärenden nachgedacht, Entschuldigung, und die Aufklärer erheben sich. Sie fangen erst mal an und haben da gewissermaßen im klassischen in der empirischen Sozialforschung würde man sagen, es sind die Probanden. Und erst mal nichts anderes. Es gibt in dieser zweiten Phase zunächst eine Untersuchung des Wortschatzes, ich zitiere jetzt immer, der Gruppe, mit der man arbeitet. Also das klingt schon doch nach der Trennung, die gar nicht sein soll. Und das heißt dann, dass nicht im Sinne der vorhin als Beispiel genannten Lesebücher oder Schreiblernbücher, Alphabetisierungsbücher, die europäische Kultur zum Gegenstand gemacht wird. Man soll wohl in einer bestimmten Gruppe, und es geht jetzt hier vor allen Dingen um Verelendete in den städtischen Elendsquartieren Brasiliens erst mal und dann eben auch auf dem Lande durch die Untersuchung, die Wörter dieser Gruppe mit der größtmöglichen existenziellen Bedeutung herausfinden und die Alltäglichkeit, sagt er, der Menschen zum Gegenstand der Analyse machen. Und aus dieser Wortschatzuntersuchung, was spielt für Leute eine Rolle? Das leuchtet erst mal ein, dass ein Bewohner, der Verwähler, dass für den andere Wörter wichtig sind als für unsere Eins und dass sie Wörter kennen, die wir gar nicht kennen. Also, dass bestimmte Bereiche auch der weltgesellschaftlichen Ordnung für Leute in Lateinamerika geläufig sind, dass sie zum Beispiel viel eher wissen, was ein IWF ist, als wir. Wir müssen es ja nicht wissen. diese Wörter erst mal untersucht werden und er nennt das dann die generativen Wörter herausgezählt hat werden. Das heißt, die Wörter, die linguistisch den größten Reichtum haben, aber die auch den größten inhaltlichen Reichtum als Aufklärung über die Verhältnisse haben. Also, wenn ich sagen würde, Trinkwasser, wäre es hier kein Problem. Damit erklären wir hier relativ wenig. Wenn wir Leute haben, die am Tag fünf Liter Trinkwasser zur Verfügung haben, ist das ein solches generatives Wort. Dann wird, nachdem dies untersucht worden ist, werden die Wörter ernennt, das kodiert, das heißt, bildlich dargestellt. Entweder in Zeichnungen, auf Fotos oder Ähnlichem. und dann wird der Gruppe der zu Alphabetisierenden ein solches generatives, also existenziell wichtiges Wort vorgelegt, als Schrift und als Bild. Und es soll anhand des Bildes, das nennt er dann der Kodierung, das Bild dekodiert werden, das heißt, man unterhält sich darüber, welche Rolle Trinkwasser hat, wie man da rankommt, wie lange das dauert, welche Bewohnerorganisationsform man sie braucht, um das zu schaffen, wo und wie und welche Probleme es bei Trinkwasser gibt und ob das vergiftet ist oder nicht oder ob man das aus Wasserwagen holt oder aus den Brunnen oder Ähnliches. So, und dann prägt man sich dies ein, nachdem man gemerkt hat, dass der Tropfen Wasser aus dem Hahn ein Politikum ist und dies die gesellschaftlichen Verhältnisse erhält, prägt man sich diesen Gehalt ein, indem man sich über die Verhältnisse aufgeklärt hat, zusammen mit dem Wort und dann kann man es schreiben. Dann hat man nämlich gelesen, was man begriffen hat und schreibt, was man besser verstanden hat, jedenfalls besser als vorher. Dann gibt es einen dritten Abschnitt, das nennt er nachalphabetische Bildungspraxis, die läuft genauso wie der zweite Abschnitt. Es geht jetzt nicht mehr um den ganz unmittelbaren Lebenszusammenhang, sondern er nennt das das thematische Universum, also im deutschen Idealismus hieß das um den Geist der Zeit. Also welcher Zeitgeist herrscht durch eine Gesellschaft, welcher Geist prägt die Gesellschaft insgesamt und analog zu den generativen Wörtern sagt er, dann gibt es generative Themen. Es ist einfach eine Stufe der Abstraktion mehr. Es wird wieder kodiert, dekodiert, aufgeklärt und noch einmal das rein technische Lesen und Schreiben damit dann vertieft und die Aufklärung vertieft. Was Freire betont abschließend ist, dass eine solche Alphabetisierung und dann betont er auch dies, obwohl er dem auch immer wieder spricht bei dem, was er macht, eine solche Alphabetisierungskampagne nur dort überhaupt stattfinden kann, wo Menschen mit dieser aufklärenden Frage schwanger gehen und eine Frage an die Gesellschaft haben mit dem Ziel, diese Verhältnisse zu verändern und human zu gestalten. Und deshalb sei diese Aufklärungskampagne nur möglich, schreibt er, dort, wo sich Unterdrückte in Brasilien oder anderswo organisiert haben in dieser weltverändernden Praxis, zu der auch in Brasilien die Theologie der Befreiung gehört hat. Das heißt, es geht um Landlose auf dem Lande landlose Arbeiter, um Comuneros, also Bauern, die in Dorfgemeinschaften produzieren. Es geht um Bewohner urbaner Elendsquartiere, die sich bekanntlich organisieren müssen, damit überhaupt eine Landbesetzung stattfinden kann, damit man Wasser, Trinkwasser, Müllabfuhr und ähnliches ansatzweise bekommen kann. und nur dort, wo dieses Privileg, die Frage zu haben, überhaupt vorhanden ist, kann man aufklären. Das heißt, dort, wo der Widerstand gegen die Veränderung der Verhältnisse auch bei den Unterdrückten vorhanden ist, kann man keine Frage produzieren. In diesem Sinne zusammenfassend, denke ich, ist das, was man bei Frage lernen kann, die Idee der Aufklärung als Geist des Widerspruchs gegen widerspruchsvolle Verhältnisse und auch das Problem, dass diese Aufklärung, weil sie immer unter den zu verändernden Verhältnissen stattfindet, auch immer ein ganz wesentlich dogmatisches Element enthält. Vielen Dank fürs Zuhören.